Hallo Leute, hier ist Crabben, ich herzlich herzlich willkommen zu Calm Time, einem Indie-Hörerspiel von der Entwickler von Seven Days und I'm Scared, die beide sehr, sehr, sehr gut waren. Mir wurde gesagt, dass das Spiel sehr verstörend sein soll, aber nicht zu lange sein soll. Das heißt, wir springen einfach direkt rein und schauen, was hier so abgeht. Bam. Ich lebe in einem kleinen Kottage, isoliert von der Stadt. Oh, wir leben außerhalb, wir sind ein cool Hinterwälder. Das klingt so lang in so einem Ort. Ein Haus ist fast etwas, was in einer ungesellschaftlichen Präsenz. Okay, wir wohnen in einem Haus, was einen im Gefängnis seht. Das ist ein bisschen gruselig. Oh, wir sind sehr einsam. Das ist traurig. Like the sound of a wind. Wow. Das ist mega verpixelt. Aber wie hat das was? Ist das ein Bild? Ne, okay. Das Spiel ist sehr laut. Sehr, sehr laut. Ist das ein Kind? Hey, du. Ich mag dieses Ort. You don't look like a bad person. I like you. I don't like this place. I didn't want to come here. I miss my mom. Warum bist du denn hier? Was machst du hier? Geh weg. Da ist die Tür, oder? Da ist die Tür. Wait. Das ist ein Bild aus 7 Tagen. Das ist ein Bild aus 7 Tagen. Was macht das hier? Mach mir Angst. Okay, das Kind ist hier. Das hat Spaß. Anscheinend. Weil warum auch nicht? Hey, du. Was machst du hier? Listen, my mobile doesn't work here. Is there something you can do about that? It's absurd. There's absolutely nice hairiness in this place. Okay, ich weiß nicht, was du von mir willst. Cack, nörd. Geh weg. Was machst du hier? Do you know, perchance, is that man with his suit jacket married? What the fuck? Was hast du eigentlich an? Du hast nichts an. Du hast den fucking Western an. Das war's. Schlampe. Geh auch nicht. Den Finko ist gerade blablabla. Okay, was macht ihr in meinem Haus? Das ist mein bester Freund. Mein einziger Freund. Okay, ich hab keiner, was die alle hier in meinem Haus machen. Wer ist das? Warum hat die ein fucking Kleid an, deren Anzug und der ist hier? Yo, what up? Der hat sogar eine Heizkette. Das ist... Das ist probably such a boor. Hä? Habe ich einfach zufällig irgendwelche Idioten eingeladen? Das war's. Und die sind jetzt bei mir in einem Haus drin, oder was? Und warum habe ich... Okay. Die ist auch so gechillt. Die hat nämlich nicht in gleichem Kleidung sehen. Konnte sich nicht auf nichts einigen, scheint mir. Ich bin froh, mit dem Essen zu helfen. Ihr habt ja, ich bin ein bisschen sicher. Ich hoffe, ihr habt einen Kind in einem anderen Raum gesehen. Ich soll ihn babysitzen. Warum seid ihr denn hier? Könnt ihr mir den Knopf an die Tafel, bitte? Ich kenne die Brot. Das ist kein Brot. Das... Tomaten... Ding. Das ist Tomaten, das ist Blut, oder so. Was ist da drin? Kann ich das Wasser anmachen? Nein, ich kann aber... Kann ich das Messer? Messer habe ich. Warum kann ich stechen? Wie kann ich ihr das Messer geben? Könnt ihr passen mit einem Knopf an die Tafel? Ja, ich versuch's. Hey. What? Hey, das wollte... Hallo? Das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie... Wait, what? Hey, habe ich irgendwie die falsche Entscheidung getroffen, oder so? You stabbed her, you killed her. Ich habe versucht, sie zu geben. Sie ist ausgerutscht. Und jetzt ist überall Tomate auf dem Boden. Press Control, you calmest her. Warum? Ich muss einfach nur hinknien. Ich kann sprinten. Okay, was? Soll ich jetzt einfach alle töten, oder was? Ist das der Sinn des Spiels? Ist es das, was du willst, was ich tue? Ist es das? Kann ich da runter? Press E to interact. Vielleicht jetzt, wie wir vorher mal sagen können, dass ich ein fucking psychopatischer Killer bin und irgendeine Frau hier abgeschlachtet habe, oder so. Was ist das? Oh! Fuck! What the hell? Ach, das ist... Achso. Folgt mir das Ding? Nee, ne? Also ist das der Geist von meiner Frau, den ich getötet habe. Okay. Fuck you! Das Mini-Guts-Ess- Okay. Das war laut. Scheiße, das war... Das war sehr laut. Das war sehr, sehr laut. Ah, ich muss noch ein bisschen... Ach, scheiße, ey. Das musste sein, oder was? Ja, das habe ich verdient. Ich bin auch ein Mörder. Scheiße, ihr Arsch. Okay. Soll ich jetzt nach den anderen suchen, die alle abschlachten? Ist das, was du willst, Spiel? Ist es das, was du tust, was ich tue? Was? Muss man gar keinen Sinn. Was habe ich dir gerade gesagt? Egal. Kann ich euch jetzt auch noch kaputt machen? Also ich muss anscheinend einfach Leute abschlachten. Das war's. Oh, das war auch laut. Okay. Ist das Slender? Nee, ist nun... Was ist das? Ach, das ist nun ein Fenster hinter diesen Ding. Na du? Oh! What the fuck? Wenn ich so... Okay, wie soll ich den so schnell erwischen? Jetzt mal ernsthaft. Wie soll das gehen? Hund. Okay. Hier ist niemand drin. Das sah wesentlich verstörender aus, als es ist. Hier ist auch niemand drin. Wo sind denn... Warum sind die so unglaublich komische Bilder drin? Ich hoffe das nicht. Äh. Ah, hi. Nee, nee, nee. Wow. Fuck. Okay. Okay. Es scheint doch mehr Horror zu sein, als ich erwartet habe. Ach, geh weg. Dankeschön. Okay, wo ist denn die anderen Leute hin? Ich finde die nicht blöd. Kann ich die so irgendwie abschalten? Nein. Ist hier oben nicht. Dann runtergerannt, schätze ich mal. Guck mal unten. Und schlacht da die Menschen ab ohne Grund. Und ich wohne im Weltall anscheinend. Ich meine, da hat man wahrscheinlich einen schönen Ausblick. Und so schlecht kann das nicht sein. Ist hier drin? Nee, das ist die Tote. Die ich, ähm, die, äh, ausgerutscht ist. Ganz ärgerlich. Wollte ich nicht. Oh, hi. Ah! Oh Gott. Komm her. Warum versteckst du dich hier? Schlecht. Oh mein Gott, helb mir. Ich will nicht... Ah! Okay. Die ist tot. Sehr seltsames Horrorspiel. Das ist immer die andere Seite. Nichts nicht der Gejagte, sondern der Eger. Okay. Schauen wir mal. Guck mal, was da hinten... War ich da schon drin? Ich glaub nicht, oder? Schlafzimmer? Oder so? Ist aber niemand drin? Kann ich's anmachen? Nein. Äh, kann ich rausgehen? Ich probier's mal. Äh, Seven Days Ding. Okay, ich kann raus. Oh Gott, sagt mir, hier ist noch unglaublich viel mehr Platz. Ich dachte eigentlich, das Spiel wäre ein bisschen kürzer. Ich schau einfach mal hier außen rum. Ah! Da kann ich auch noch rein. Warum kann ich von außen in den Schlafzimmer... Ah, ich will doch nicht. Tut mir leid, ich muss aber... Ah, sorry. Au, laut. Okay, da drin war der eine Typ. Vielleicht irgendwo hier in den Ecken. Da ist niemand. Okay, ich muss mich Korn machen. Achso, ich kann wahrscheinlich so in die Rand schleichen, ne? Ja, klar. Ich hätte nicht sprinten sollen. Drumял. Hm, das ist irgendwie unangenehm. Ah, wer ist noch übrig? Was ist denn das da? Ah, ne, du bist tot. Okay. Äh, wer ist denn noch übrig? Hm. Ein seltsames Spiel. Ist auf eine sehr komische Art sehr, sehr unangenehm. Äh, da hinten in der Ecke vielleicht? Wer ist noch übrig? Ach, ne, sag mir nicht das Kind. Ach, ne, ich bin... Okay. Ach, okay. Wir müssen das Kind töten. Stimmt's? Wir müssen das Kind töten. Wir müssen das Kind töten. Cool. Ist er hier irgendwo? Ja, natürlich. Okay. Dreht er sich in unsere Richtung? Ich warte, bis er wieder umdreht. Dann kommt mein Messer angerannt, dann haben wir ganz viel Spaß zusammen. Prostet ihr hier um? Dankeschön. Hm, sehr angenehm. Ich live in eine kleine Kottage, isoliert von der Stadt. Ach, nochmal das Intro, was? Silence is law in such a place. My home is almost something in kind of an inescapable prison. Äh, ja, okay. Ich glaube, das war's. Ist sehr seltsames Spiel. Aber irgendwie hat's sowas, was wirklich ziemlich verstörend ist. Es war jetzt weniger gruselig und mehr unangenehm zu spielen. Und es hat was. Seltsam. Kann ich wirklich beschreiben, wie ich mich nach dem Spiel fühle. Aber wenn's euch gefallen hat, oder euch nicht gefallen hat, das Spiel, dann lasst gerne Daumen nach oben da und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Ich finde das Spiel... Schreibt gerne mal unten die Beschreibung... Nee, Beschreibung, in die Kommentare, die ihr vom Spiel haltet. Ich finde es immerhin mutig, mal sowas als Spiel zu machen. Hat doch irgendwas. Und da ich die Entwickler von Seven Days und I'm Skilled sowieso total schätze, finde ich... Auch mal ganz okay, dass wir sowas machen, oder so? Wir sehen uns heute nächsten Mal wieder mit, oder? Ja, komm, wir sehen uns dann. Danke, Stan! Ja, Gott, ich hasse mich, glaub schon, weißt du? Ach, die Scheiße, bin ich blöd. Ey, ist verdunkelt. Das gefällt mir sehr. Dunkel ist gut, doch. Dunkel ist fresh! Ist fett! Du bist geil! Oh, Leute, ich komm mir grad wirklich... Ich würd sagen, ein wenig blöd vor, aber es stimmt nicht. Ich komm mir unglaublich blöd vor. Soll ich mal gucken, wie man die werfen kann. Höh! Alles aus dem Land.